Du hörst Hoffnungsbildschiff mit Walter Niefeld. 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 Und wir sind auf einmal ganz schwach geworden. Wir sind nicht mehr. Wir fallen ab Schnee. Und er sagt, Gott, sieh mich nötig. Halt mich. Trage mich, Rüte. Ich gehe hier unten. Und Jesus, der fragt dem Vater, es ist mehrlich, dass ich diesen Trübel nicht durchgehe, dass ich nicht Brückumschrieze hänge, dass sie mich nicht durchgehe, dann schenkt mir doch einen anderen was. Aber er kann sich um die Welle vom Vorderhaule. Aber weil sie die schönste Sache im Leben, der darf mit Gott durchreden. Und wie darf er auch sein, wo uns Fleisch sich fällt. Und dass wir einen Kampf haben, dass es für uns nicht einfach ist. Und Gott, der schenkt uns Hilfe. Nicht immer das, was er wollte, aber er schenkt dir Hilfe. Herr Jesus, ich danke dir, dass du bist auf Schnee gefallen im großen Kampf. Und dass wir von dir lernen, die wir auf Schnee gefallen, im großen Kampf und um Hilfe fragen. Und dass dann die Hilfe kommt, von dem, die alle Kraft am Himmel noch beidt hat. Und dafür danke dir. Und bete ich dir in deinem Namen, Jesus. Amen. Warte im nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft. Das wird eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de hoy. Töp, mit dem Namen Jesu gerade schreibe über Paraguay in der Welt. Kontaktier uns in ja info.arroba.jesusresponde.com Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. Vielen Dank.